Der Begriff Alt-Wien steht für die romantisch verklärende Wunschvorstellung von einer vergangenen, unberührten und unverfälschten Stadt Wien. Zeitlich bezieht man sich, nicht historisch getreu, sondern im Sinn der Nostalgie, auf das Lebensgefühl in Wien vor der Erneuerung des Stadtbilds in der Ringstraßenzeit Mitte des 19. Jahrhunderts bzw. seit dem Ende des Ersten Weltkriegs auf die Zeit der Donaumonarchie. Anwendung vor 1900. Die Rede von einem Alt-Wien sollte in der Zeit der Urbanisierung, als Wien durch rasantes Bevölkerungswachstum innerhalb weniger Jahrzehnte zur kaum wiedererkennbaren 2 Millionen Stadt wurde, eine scheinbar intakte Vergangenheit heraufbeschwören. Diese Vergangenheit wird meist in der Biedermeierzeit angesiedelt, manchmal reicht sie auch zurück ins 18. Jahrhundert. Ab den 1850er Jahren ergriff die Urbanisierung Wien immer stärker und die Bevölkerungszahl stieg, ausgehend von etwa einer halben Million. In fünf Jahre schritten um je 100.000 bis 150.000 bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 auf über 2 Millionen. Die Wiener Stadtmauern wurden von 1858 an abgetragen. Die prunkvolle Ringstraße wurde errichtet und die alte Bebauung der ehemaligen Vorstädte sowie Neubauten wurden in prächtige Fassaden des zeitgemäßen Historismus eingekleidet. Neubauten überragten die alte Bausubstanz meist beträchtlich. Straßenbegradigungen führten zum Verlust des gewohnten Stadtbilds. Eisenbahn- und Pferdetram-W-Linien wurden gebaut und lösten vielfach das Lohnfuhrwerk ab. Gasbeleuchtung ersetzte frühere Beleuchtungsmittel. Um 1900 ersetzte die elektrische die Pferdetram-W. Bald übernahm auch bei der Beleuchtung der Strom die Vorreiterrolle. Dann kamen die ersten Automobile auf. Grün der Zeit und Industrialisierung riefen sowohl Reichtum für Unternehmer und Industrielle als auch große Armut in den Massen zu wandernder Arbeiter hervor. Das klassische Handwerk erhielt übermächtige industrielle Konkurrenz. Die meisten Zuwanderer kamen aus den Kronländern der Monarchie aber oft nicht aus dem deutschsprachigen Raum und wurden daher zum Beispiel als italienische Deichgraber, Ziegelböhm oder krobotische Hausierer bezeichnet. Auch die Unterhaltungsangebote änderten sich da ein Massenpublikum zu bedienen war. Große gesellschaftliche und kulturelle Umwälzungen kündigten sich an. Je stärker diese Entwicklungen voranschritten, desto mehr wurde von manchen der Eindruck erweckt, ein idyllisches, unberührtes Alt-Wien gehe verloren. Der Begriff zeigte sich oft, wenn eine Verklärung moderner Unterhaltungsformen und Medienereignisse ins Uralte und Volkstümliche angestrebt war. Wie beim Wiener Lied und den verbürgerlichten Volkssängern des späteren 19. Jahrhunderts. Mit Alt-Wien hing vor allem ein Kult um die Zeit des Biedermeiers zusammen, auch um die bürgerlich gesellige Musik Franz Schuberts. In diesem Zusammenhang fanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts mitten im großen Umbruch der Stadt Erweiterung und Veränderung, Veranstaltungen und Großereignisse statt, die sich in die Zeiten des alten Wien zurückbesannen. Etwa die Wiener Schubert-Ausstellung 1897 oder die Wiener Musik- und Theaterausstellung 1892 im Wiener Prater, die von großer Ausstrahlung war. Dort wurde eine Alt-Wien genannte Rekonstruktion des Hohen Marktes aus der Zeit nach 1710 als Erlebniswelt mit Gaststätten und Unterhaltungsanlässen aufgebaut. Auf einer nachgebauten Jahrmarktsbühne präsentierten sich Originale wie der Schauspieler Ludwig Gottsleben. Eine scheinbar naiv volkstümliche Zeit der ersten kommerziellen Wiener Vorstadttheater wurde Alt-Wiener Volkstheater genannt. Sie diente etwa dem Kulturpolitiker und Theatergründer Adam Müller Gutenbrun zur Ausgrenzung neuerer privatwirtschaftlicher Unterhaltungsformen. Auswirkungen nach 1900 Allgegenwärtig war die Alt-Wien-Nostalgie nach 1900 und zeigte sich in zahlreichen Firmennamen, Produktnamen oder Musiktiteln. Karl Michael Zierer schrieb einen Walzer Alt-Wien. 1911 wurde eine Potpourri-Operette Alt-Wien nach Musik von Josef Lehner von Emil Stern im Karl-Theater aufgeführt. Ein Höhepunkt Alt-Wiens auf der Operettenbühne war 1916 das Dreimedalhaus nach Franz Schubert von Heinrich Berte, ein Versuch der Ablenkung vom Ersten Weltkrieg, der die Menschen bedrückte, da sein Ende nicht absehbar war. Eines der vor dem Abbruch geretteten spätbarocken Häuser auf der Mölker Bastai wurde in der Folge der Operette zum Dreimedalhaus ernannt. Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Alt-Wien als Ausdruck eines allgemeinen Konservativismus große Wirkungsmacht. Er diente etwa zur Abgrenzung von der Stadt Berlin, die als das europäische Chicago im Zentrum der sogenannten Amerikanisierungsdebatte stand. Alt-Wien war als Markenname etwa für Schuhe und Porzellan beliebt und sollte eine vorindustrielle Produktionsweise signalisieren. Den letzten Höhepunkt erreichte die Alt-Wien-Verehrung in den 1930er Jahren, was sich in Namen wie dem des 1936 eröffneten Cafés Alt-Wien niederschlug. In der Zeit des Nationalsozialismus diente die Alt-Wien-Nostalgie neuerlich zur Ablenkung von der kriegerischen Gegenwart. Von Österreichern wie Willi Forst wurde sie auch als unausgesprochener Kontrast zum Preußentum genutzt, vom NSDAP-Regime nicht beanstandet. Der Propagandaminister Josef Goebbels das Volk im Kriegsinteresse bei Laune halten wollte und der Wiener Schmäh im ganzen Reich gut ankam. Im Lauf der Jahrzehnte verschob sich der historische Zeitraum, auf den sich der Begriff bezog. Hatte Alt-Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Zeit vor der Demolierung der Stadtmauer verwiesen. So spielte der Begriff nach dem Zweiten Weltkrieg viel eher auf das Wien des späten 19. Jahrhunderts oder der Jahrhundertwende an. Wie etwa mit dem Begriff der goldenen Operette Nera. Ironischerweise romantisierte Alt-Wien dann genau jenen Zeitraum, in dem der Begriff selbst als Abgrenzung zur damaligen Modernisierung benutzt worden war. Prominente Beispiele dafür sind die Sissi-Filme Ernst Marischkas und ähnliche Monarchie-nostalgische Filme der Nachkriegszeit, die überaus erfolgreich mit einem Alt-Wien-Klischee operierten, das nicht mehr explizit auf das dörfliche, enge Wien der Biedermeierzeit verwies, sondern auf das imperiale, großstädtische Wien der 1860er bis 1890er Jahre. Ungefähr seit den 1960er Jahren setzte eine zunehmende Ironisierung und Entzauberung ein, wie etwa im Kabarett von Helmut Qualtinger. Die wissenschaftliche Entzauberung gipfelte in der Ausstellung des Wien-Museums Alt-Wien, die Stadt, die niemals war von 2004-2005, in der die historische Konstruiertheit und die Ambivalenzen des Begriffes ergründet wurden. Alt-Wien-Nostalgie ist allerdings nach wie vor eine zu kräftige Marketing-Idee und speziell im Tourismus nach Wien nicht wegzudenken. Für Gäste aus hochmodernen asiatischen Metropolen ist Wien, wie es sich ihnen heute darstellt, bereits ein nostalgisches Ereignis. Im Wiener Telefonbuch 2011-2012 fanden sich den Begriff Alt-Wien umfassende Firmennamen zu Gastronomie betrieben, Gusswaren, einem Hotel, einem Kunsthandel und zum Schnapsmuseum. Auch Produkte und Speisen wie die Kaffeemischung Alt-Wiener Gold oder der Alt-Wiener Suppentopf machen sich den nostalgischen Effekt der Bezeichnung Alt-Wien zu Nutze.